war vorher jugendtrainer aber 18 60 nicht bei mfc bayern wie war nur jetzt gegen einsperger einsperger bleibt sieger erste ecke simic hat sich viel vorgenommen klasse verlagerung ivanovic mit links schade gute aktion von franjo ivanovic 19 nationalspieler kroatien sie sechs spiel noch schon dreimal getroffen leider diese saison noch nicht der gebürtige österreicher haben wir aus meierhofen im januar 2 16 der tana als berger gegen ivanovic denn ist nicht neben japan die zweite spitze klassisch bildet 4 4 2 über die außen kommt verschätzt sich eitschberger ivanovic als berger bleibt dran 10 da kommt der scouting abteilung wenn es darum geht auch talente eitschberger gegen ivanovic die war damit macht das richtig gut eitschberger sie gäbe denn das ist nicht zum ersten mal dass er sich nur so wehren kann wie er es eben getan hat nämlich durch v-spiel hier keine andere absicht stoß ivanovic startet den ball zu überbringen ivanovic sehr umtriebig sehr agil hat guten körper kann die bälle auch festmachen hier und da fehlt dann so kleiner tick immer noch mal am gegner vorbeizukommen aber er arbeitet intensiv klar die hatte hatte noch mal auch wirklich gute gelegenheiten aber wir haben guten torwart klasse ivanovic gegen eitschner ivanovic jetzt 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 die möglichkeit ja pao